Sieben, jetzt kannst du vergessen, dass es überarbeitet wird. Machen wir kurz das weg. Ja, gut. Dann. Du hast doch mal einen YouTube-Link von gestern noch. Schauen wir mal, ob es da läuft. On your bed. Alter, nice. Ein Verteidiger ist noch im Einsatz. Ja, hier doch mal. Ist jetzt, er blendet sich am Kopf. Kaff er doch. Die Angreifer haben zwei Server übernommen. Wie bitte, Niki? Gut Job. Hast du schon nichts gesagt? Ach so, ich hab dir gerade... Und dann kannst du so ein paar YouTube-Methoden zuschauen. Beziehungsweise, dann mach ich das hier wieder aus. Das LMG hat mir keinen Glück gebracht. Ist das hier live, nur per Link? Live nur per Link. YouTube ist immer nur privat. Das ist nicht gelistet hat Channel. Nur der, der halt meinen... Zumindest ich sehe den selber. Ich muss kurz das Ding dann ausmachen hier. Weil der Upload nicht bereicht. Angreifer und Verteidiger im Einsatz. Beginn der Kampfhandlungen. Okay. Mein Upload reicht nicht. Dann machen wir mal kurz aus. 4000. Das ist das Ding. Die Angreifer versuchen einen Server zu kompromittieren. Der Server wurde durch die Angreifer beschädigt. Ein Angreifer ist noch im Einsatz. Die Angreifer haben zwei Server übernommen. Alter, wir haben die Runde echt gewonnen. Obwohl wir übrigens die Scheiße zusammengespielt haben. Ich habe drei Kills, woher habe ich drei Kills? Trag mich nicht. Du hast einen Teamkill. Du hast einfach einen Teamkill gemacht. Ich habe gar nicht aufgefasst. Ich mache mal dann Discord vom Stream raus, damit du nicht das doppelt und dreifach hörst. So, jetzt machen wir normal. Do, 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 do. Wirklich, wenn du eins nach rechts. Was kriegst du so schönes raus? Tausend kostet ein Pack. Den ganz, den ist er alle Farben? Und alle Farben? So rot, gelb, blau. Wie heißt der Skin? Ja, wahrscheinlich hast du Schießeisen bekommen oder Control Groove. Trommelwirbel, bitte. Alter. Alter, das ist der Universal Skin. Das ist kein Schrottflinten-Skin. Das ist Universal Skin. Ja, du kannst auf jede Waffe packen. Alter, du Lacker. Drück mal bei Sammlungen auf meine Sammlung. Du hast das Höchste bekommen, da oben. Bei Packs, da wo du öfter drückst, steht Packs erhalten und Sammlungen. Äh, okay, es gibt, warte mal, gibt es einen Rabatt? 11.000, 25.000, ne, 22.500, nur 42.000. So, machen wir mal kurz ein Pack auf. Oh, Outfit nur, ne, der Anhänger, scheitern. Good, nice Pack. Ja, ich hab halt 100.000, ich kann's ausgeben. Oh, so, ist was Gutes. Und? Ah, der GIGN Skin in Gold. Für, Fink, für Lion. Der Buddy. Ja, das wird sowieso sein, dass ich den Skin eher als letztes Pack oder so kriege. Ja, hier, wie langweilig das Kind. Langweiliger Skin. Ups. Alter, das Menü ist auch schon langsam, ist mir gerade aufgefallen. Die ganzen Zusatzeffekten. Ah, ich hab's gerne gestalten für die normale Vector von den Spacken. noch kann ich fünf Packs kaufen. Oh, was denn der ist? Oh, das ist der Kopfbedenkung für die Mira. Der Roboter Kopf. Oh, fuck you. Oh, fuck you. Hier kannst du reinschauen, solang ich noch drei Packs aufmache. Pfff. Jawoll. Dann, wenn du einschaltest, geh ich hin. Dankeschön. Piu, 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 piu. Piu, piu. Piu, piu. Piu, piu. Piu. Dankeschön. Guck, jetzt brauche ich nur noch den hier. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er, den hier, natural Glanz, der ist geil. Für Metall, äh, Metallurgie Glanz. Nämlich, der, der Jekyll Skin ist langweilig, der Dings MP5 Skill ist langweilig, der Schotfilmskin, der ist noch cool für die, die 612. Da kommt für die MP von denen habe ich einen besseren Skin. Den einzig waren, du weißt welchen Skin. Guckst du noch zu, Niki? Hast du meinen Tachanka gesehen? Nimm den Teil gleich das Einhorn. Was man ganz kurz gesehen hat, als ich auf der Seite Verteidiger geklickt habe, das war Smoke, oder? Ja, das war... Schau mal, mein Verteidiger. Smoke. Ein Furry ist ganz einfach. Gibt es auch, es gab es auch bei Angreifer, zum Beispiel hier in Montagne. Und Blackbeard hatte den auch. Ah, Blackbeard habe ich den auch drauf. Der männlichste Skin, den es gibt. Was gibt es denn noch? Ich habe hier meine... Genau, ich habe meine Pool-Party-Dockeby. Die da? Ja, da meinst du? Die ist neu im Spiel. Da habe ich nur das Standard-Outfit, was es dazu gab. Da gibt es noch nicht viel. Da gab es noch kein Event-Skin. Hier sieht man das, was ich kaufen kann. Ja. Ist länger her, aber jetzt ist... Ja, Ace. Und jetzt kommt in einem Monat, kommt wieder neue Operator. Alle drei Monate kommen neue. Ja, das ist dann nice. Das muss... Hallo? Hallo? Meintar Chanka mit einer Primärwaffe seine Heifnisse im G? Ja, den muss man erstmal kriegen, wahrscheinlich. Was habe ich noch tolles? Jäger. Da hat er nicht, glaube ich, nichts Gescheites. Das ist aber nice. Die Frost ist auch nice. Hier als Yokai. Ja. Ich finde den Walküre-Kopf eigentlich den schönsten, den ich habe. Die sieht einfach aus wie Jana, finde ich. Hier noch. Moment. Die, die du gesagt hast, die Weißhaarige. Ja, das... Ja, warte mal. So, da ist Iana. Das ist der... Die ist ja Albino, wie auch immer. Und das normale Head... Das normale Headgear von ihr ist ohne diese Maske. Sie hat ja auch weiße Augen und so. Aber ich meine, wenn du halt einfach nur die ganz kurz den Kopf siehst oder so, den wird man genauso gut auch auf die Iana draufpacken. Das ist kein Kopf für Walküre, finde ich. Was habe ich denn für Uniform für die? Ja, ich habe halt nur diese... Grobschmied-Missions-Skin. Nämlich... Naja. Ich habe ja... Normalerweise hat sie ja so den Kopf. Und durch die offenen Haare dachte ich zuerst, ich habe ein Iana-Skin bekommen. Jetzt guck... Und Achtung, mein Mira-Skin. Was hast du mir da geschickt? Ah, Neon-Träume. Neid. Guck, hier ist mein Lesion als Zombie-Mode. Zombie, wie auch immer. Aber ich habe ihn auch als Pool-Party. Nennen wir das mal. Ja, das war das letzte Event. Ja, ich verwechsel kurz meine Skins zurück. Ähm, guck mal kurz rein, den Kopf, den ich bekommen habe für... Mira. Ich muss sie kurz noch finden. Da, Mira. Was habe ich denn für Uniform für Mira? Haben die auch nichts gescheitzt bis jetzt bekommen, leider. Welcher Kopf ist besser? Na? Ich weiß es nicht. Roger, Roger. Roger, Roger. So, jetzt machen wir eine Normal-Runde. Ne, nicht Roger, Roger. Das war ein Star Wars. Die Droidekas. Ja, sagen wir immer Roger, Roger. Aber es ist merkwürdig. Es steht, dass du beim Spawn-Punkt zurückkommst, wenn du als Drohne zerschossen wirst. Aber... Das ist ja... Als Spawn-Punkt ist halt oben für mich auf dem Dach, wenn die Drohne erschossen wird. Aber ich... Ja, und... Stattdessen ist es ja so, dass da, wo du zum letzten Mal gespawnt bist... Echt? Echt? Ich wurde... Ja gut, so dachte ich das eigentlich gerade, dass es immer so tut. Was müssen wir für Wappenspielen eigentlich gerade? Todflinte! Nein! Gibt's... Darf ich... Oh, ne. Okay. Ich brauche dann ein ADS, das du mir dann spendest. Bitte nicht oben den Dings, äh, den kleinen Kleiderschrank reinforcen. Den brauche ich. Nein! Das gibt's doch gar nicht. Das ist bei einem anderen Modus nur. Die Schussflinte aus irgendeinem Grund. Weil wir haben... Zweit... Ja. Du hast nur... Hier so da... Hier so da... Die Wand wurde befestigt! Die Schutztüten eingeführt! Ich hab einen Bomben entdeckt! Verteidigen sie damals. Ich will kaum nichts t Regen. Es ist ja kaum was verstärkt! Die Stromförderung über stimulation HVS ist einsatzbereit. einer ist in der dusche da einsatzbereit. Ja, das eine ist ein Eve von seinem Anfall, von dem Wallhack. Doppelwindow, hinten neben dir, sei vorsichtig. Ja, aber ich habe hier links schon einen. In der Folge. Da ist tot, direkt durch. Jawohl. Einer Trupp-Siegreich, alle Gegner eliminiert. Jetzt geht auf Toilette. Lass mir das alles wieder geschickt. Ah, Discord. Himbeere. Och du, jetzt muss ich wieder dran denken, ich habe diesen ekelhaften Eistee. Oh, danke. Oh, kotze. Ich habe den noch nicht gedrückt, ich habe zwei Flaschen davon gekauft. Der zweite immer noch nicht. Ja, zwei, ich habe mir vier gekauft. Ich knäcker nicht. Warte, oder wie heißt das? Wie heißt der Spruch richtig? Egal, du verstehst schon, was ich meine. Nein. Egal. Tritt ist doch meine Stimme in Stream doch unnötig, oder? Ja. 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 Das ist nicht passiert. Feindliche Drohne geht zum Scannen in Position. Reite die Nadeln vor. Karten sind Mehrwert als Worte. 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 Scan steht direkt bevor. Ich starte den Timer. Feindliche Drohne nähert sich für Scan-Vorgang. Nur noch fünfzehn Sekunden. Zehn Sekunden noch. Magazin wechsel! Die Gegner haben einen Entschärfer neben einer Bordefläche geführt. Ein Operator ist ein eigener Trupp verbleibt. Ein Gegner verbleibt. Eigener Trupp eliminiert. Mission gescheitert. Ja, ich mag dich verbleibt. Das ist auch ein Verlangen der Boom-Yah-Schlüge. Gibt es zur Halloween? Die Bordeaux sind in der Übersicht. Die Boxen in der Mitte ist eine Art Schlepp-Hüttel. Ich habe die Ausstürung. Er ist ein Auto geplant. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuschieben. Die 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 Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuschieben. Um, eine Bombe aufzuschieben. Drache, um eine Bombe aufzuschieben. Wie ist der Krill da ist? Letzter verbleibender Gegner Ich greife auf Ihren letzten Ich habe zum Kuss auf die Kameras Camps aus Entschärfer ist online und aktiviert Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp Gegner neutralisiert Ich habe eine solche Begräuze für mich und die Begräuze Wir müssen eine Bombe aufspüren. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe. 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 Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuschließen. Drohne hat eine Bombe lokalisiert. 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 Drohne hat eine Bombe! An mir dranbleiben. Ich habe einen Bruch geholt. Einer vom eigenen Kasten bleibt. 15 Sekunden übrig. Eigener Druck neutralisiert. Ich habe einen Bruch. Untertitelung des ZDF, 2020 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 User in the top floor. 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 minor in top floor. urn, Elle's in top floor. gli ats gold. Kaffee 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 Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Es bleiben noch 15 Sekunden. 10 Sekunden. Da bin ich auf der Seite. 5 Sekunden. Da bin ich auf der Seite. Das Zeitlimit ist erreicht. 4 Sekunden. 2 Sekunden. 3 Sekunden. 4 Sekunden. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspielen. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Cavera ist ein Lesbien. Cavera mag Enchiladas. Fünf Sekunden bis Einsatz. Gelang zu der Bombe und entschärft sieh, haltet nach anderen Ausschau. Cavera 10 wechseln. Arthroft war im Herbst, Cavera 5. Ohne, ohne, ohne. Geil, sie flütt am Fliege, flütt am Fliege. Cavera, Sprenganze! Ich lade jetzt nach! Okay. Sprenganze! Zlausch! Rauchgranate draußen! binnen Farceaw**** Don't pick, don't pick, I'm standing there. Don't pick, don't pick. Don't pick, don't pick, don't pick. 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 Don't pick. Don't pick, don't pick. Don't pick. Don't pick, don't pick. Don't pick, don't pick. Vielen Dank.